Leute, es ist fantastisch, wie viele wir hier geworden sind und das nicht nur in Hamburg. Wir haben über Twitter die ersten Zahlen aus anderen Städten, die ersten Schützungen in Berlin gut 5000. In Wien 5000 Teilnehmer. Regensburg 1500. Köln 3000. Regensburg 2500. Und Hamburg an die 5000. Und jetzt spricht Anne Alter von der Piratenpartei Hamburg. Erstmal hallo, ich bin sehr beeindruckt. Die Piratenpartei engagiert sich seit mehreren Jahren gegen Abtank. Und die ersten Demonstrationen hatten im Sommer 2010 statt, so weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unterhalb der Wahrnehmung von Medien und Publikum. Das hat sich jetzt geändert. Wie wir gestern erfahren haben, hat die Bundesregierung beschlossen, ACTA 112 nicht zu unterzeichnen. Das freut uns nicht so sehr, weil die Nummer kennen wir schon. Damit hoffen Sie, die Leute zu beruhigen, um in einigen Monaten dann das Ganze vielleicht unter etwas anderen Namen anders verpackt, uns doch noch andere hin zu können. Das wird nicht laufen. Frau Merkel, wir könnten Ihnen jetzt schon sagen, dieses Gesetz werden Sie nicht durchlächeln und durchwinken. Scheiß auf Akta! 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 Frau Merkel hat gesagt, dass alles, was in ACTA steht, auch in deutschen Gesetzen zu finden ist. Das ist richtig. Und trotzdem ist es eigentlich der beste Grund, dieses Gesetzeswerk nicht zu unterschreiben. Denn das deutsche Urheberrecht stammt aus einer Zeit, als vom Internet noch nicht mal zu denken war. Heute haben wir eine ganz andere Situation und ein Urheberrecht, das im Wesentlichen aus dem 19. Jahrhundert stammt. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Ja, Entschuldigung, ich muss ganz kurz die Rede unterbrechen und eine kurze Zwischenansage machen. Leute, dass ihr da auf den Kontinern macht, das ist nicht ungefährlich. Bitte achtet zumindest auf die Leute neben euch, bewegt euch da ruhig und gelassen. Und fangt bitte nicht an zu hüpfen da oben, wir wollen hier keine Unfälle. Und jetzt weiter mit Anne Alter. Das Urheberrecht, um das Internet anwenden zu wollen, ist ungefähr so, als wenn Holzwagenhersteller Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hätten, die Automobilindustrie finden wir nicht gut, wir möchten weiter unsere Holzwagen haben, aber bitte auch auf einem Straßennetz des 19. Jahrhunderts. Die Vorstellung ist lächerlich und genauso lächerlich ist die Vorstellung, ein Urheberrecht, das für das Internet nicht taucht, auf dieses anwenden zu können. Das Internet ist eine Möglichkeit, sich auszudrücken, ist eine Möglichkeit für Menschen an kulturellen Unternehmen teilhaben zu können, die sich das überhaupt nicht mehr leisten können. Und ist vor allem auch Arbeitsplatz. Und von einer Gruppe zu sprechen, wie Donald Tusk, der Ministerpräsident von Polen, das getan hat, der man nicht nachgeben darf, weil man sonst zurücktreten könnte, ist lächerlich. Wir sind keine versprengten Spinner, sondern wir sind sehr, sehr viele und stammen aus allen Schichten der Bevölkerung. Und wenn Herr Tusk sagt, er könnte zurücktreten, wenn er dieses Gesetz nicht unterzeichnet, dann verneige ich mich vor so viel Selbsterkenntnis. Denn wenn er das nicht versteht, sollte nicht nur er zurücktreten, sondern alle Politiker, die nicht verstanden haben, was das Internet für uns und in Zukunft und für alle Menschen bedeutet. Und wir fordern die Politiker, die an diesem Gesetz mitgearbeitet haben, auf, ihren Kopf aus dem Arsch der Verwertungsgesellschaft zu ziehen und sich an einen Tisch zu setzen, mit allen Parteien, mit Urhebern, mit Verwertern und mit den Nutzern, um ein Gesetz zu entwickeln, das der heutigen Zeit entspricht und das den Interessen aller Menschen gerecht wird. Und das sind nicht nur die Verwerter, denn die Politik ist nicht dazu da, die Interessen von Verwertungsgesellschaften zu stützen und veraltete Geschäftsmodelle am Leben zu erhalten, die der heutigen Zeit und den technischen Möglichkeiten nicht mehr gerecht werden. In diesem Sinne fordern wir, Akta nicht zu unterzeichnen und es endlich dorthin zu schicken, wohin es gehört. Vielen Dank! Danke, Herr Anreifer von der Piratenpartei! Schleiß auf Akta! Schleiß auf Akta! Scheiß auf Akta! Scheiß auf Akta! Scheiß auf Akta! So, jetzt zu dieser Riga Jan Philipp Albrecht von Bündnis 90 gegen Grün, Europaabgeordneter. Und da kriegt das Mikro jetzt. Ja, vielen Dank. Also ich wurde gebeten, am Ende auch nochmal was zu sagen. Ich denke, wir haben jetzt einiges gehört, Anna hat auch sehr gut nochmal die Kernforderungen rausgestellt, die wir haben. Wir wollen nicht Akta, wir wollen eine andere Art des Zusammenlebens im Internet mit allen gemeinsam Kreativität und Solidarität auch fördern. Dieser Protest, den wir hier zeigen gegen Akta, der ist nicht gerichtet gegen die Urheber, gegen die Künstler, gegen die Journalisten. Nein! Er ist nicht gegen diese Leute gerichtet, er ist gerichtet gegen ein Abkommen, das das falsche Recht, das falsche Recht im Internet durchsetzen will. Und das die falschen Mechanismen, die falschen Maßnahmen ergreifen, die sind einfach unausgewogen und deswegen sind wir gegen Akta. Ich finde es deswegen richtig, was Anne gesagt hat, dass wir uns hinsetzen wollen mit den Politikern, ich bin einer davon, aber mit anderen vor allen Dingen, die diese Gesetze entwerfen, mit der EU-Kommission zum Beispiel, die schon Vorschläge auf dem Tisch liegen hat für die Urheberrechtsdurchsetzung im Internet. Wir wollen neue Wege, neue alternative Wege, wie die Künstlerinnen und Künstler besser vergütet werden und die Verbraucherinnen und Verbraucher, wir Bürger im Internet, ein freies Internet haben und das konsumieren können, was wir konsumieren wollen. Und nicht, dass die Verwerter immer mehr Geld auf Kosten unserer Rechte verdienen. Das ist falsch. Dankeschön! 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 Und deswegen ist es mir auch wichtig, euch nochmal zu sagen, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Wir haben hier eine Demonstration, wie ich gehört habe, mit 5000 Leuten, das ist super. Dankeschön! Dankeschön! Wir haben mit vielen Städten in Deutschland auch Demonstrationen mit insgesamt um die 50.000 Teilnehmern. Und, liebe Leute, wir haben in ganz Europa, in fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Demonstrationen heute mit vielen tausenden Leuten auf der Straße. Das ist toll und ich würde euch gerne wirklich sagen, ich glaube, das ist der Beginn einer europäischen Bürgerrechtsbewegung fürs Internet und einer Bewegung, die für Gerechtigkeit und Solidarität in Europa kämpft und deswegen würde ich euch auch bitten, daran weiter zu arbeiten, weiter dafür zu kämpfen, euch zu vernetzen mit anderen Menschen in Europa und dieses Thema hochzuhalten und weiter einzufordern, dass es nicht in Richtung Repression, sondern in Richtung von Freiheit im Internet geht. Das machen wir! Meine Kollegen und ich im Europäischen Parlament werden vor dem Sommer oder nach dem Sommer, wann genau, das wird sich jetzt entscheiden, darüber abstimmen müssen, ob ACTA kommt oder nicht. Wir werden nur die Möglichkeit haben, Ja oder Nein zu stimmen. Das heißt also, ihr müsst dafür kämpfen, dass diese Abgeordneten mit Nein stimmen, wenn ihr gegen ACTA seid. Ja! 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 Und ich bitte euch, das wirklich zu tun, das die nächsten Monate zu tun, aber bitte dazu zu sagen, immer wieder, wir sind gegen ACTA, aber wir sind nicht gegen die Verwertung, gegen die Vergütung von Interessen von Künstlerinnen und Künstlern, von denen, die kreativ sind, von denen, die schaffen. Aber wir brauchen neue Vergütungsmodelle, wir brauchen neue Wege und die bitte auch einzufordern. Scheiß auf ACTA! 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 So, ich möchte mich jetzt erstmal nochmal bei euch allen bedanken, dass ihr trotz der Kälte heute hier so zahlreich erschienen seid. Ich möchte mich auch bedanken bei den Veranstaltern beim Hamburger Aktionsbündnis gegen ACTA. Ich möchte noch kurz sagen, wer alles dabei war. Es waren die Bündnis 90, die Grünen, GAL, Piratenpartei Hamburg, Grüne Jugend, Joghurt Piraten, Chaos Computer Club, Attraktor e.V., Hochschulgruppe, Piraten und offene Liste. Wen habe ich jetzt noch vergessen? ACTA! Ja, ACTA natürlich! ACTA! 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 So, wir haben uns zu diesem Thema, womöglich bin ich, das letzte Mal gesehen. Für heute ist die Veranstaltung hiermit verendet. Kommt gut nach Hause, tragt das Thema weiter, informiert eure Freunde, eure Familie, eure Nachbarn. Wir werden ACTA verhindern. Stopp ACTA! Stopp ACTA! Somit gleich�만iratet AGTA! OSKO. credibleakmalbi Schneiden 있어요. Fass到 Anfangirat Że蒙特有情報告 Turnip EFG黎6 Is it Ykle? Those things bannतøy